Sag deinem Bischof, er kann mich im Arsch lecken! Ähm... Raubritter Götz von Berlichingen, im Namen des Bischofs von Bamberg und des Deutschen Kaisers, zeigt und ergebt euch! Tragt die Verantwortung für eure Missetaten und der Galgen bleibt euch erspart! Meine Missetaten? Der Bischof ließ meinen Knappen entführen und foltern! Ohne Grund! Nachdem ihr mit 130 Reitern eine Gruppe von Kaufleuten überfallen habt, die unter dem Geleit des Bischofs standen, ergebt euch und der Bischof schenkt euch zumindest das Leben! Mich ergeben? Niemals! Sag deinem Bischof, er kann mich im Arsch lecken! Ähm... Entschuldigt, aber... Heißt es nicht am Arsch lecken? Ich glaube, ihr habt die Präposition verwechselt! Was? Ihr habt gesagt im Arsch lecken, es heißt aber am Arsch lecken! Das ist mich doch egal! Mir doch egal! Was? Es heißt mir doch egal, nicht mich doch egal! Falsches Personalpronomen! Mann! Verpiss dir endlich! Schon wieder! Es heißt natürlich, verpiss dich endlich, nicht verpiss dir endlich! Schieb dich deine Pronomen in die Arsch und seh zu, dass du Land gewinnen tust, du dummer Pottsau! Ui! 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 Da müssen wir aber jetzt mal aufräumen! Zunächst! Schieb dir deine Pronomen, nicht dich! Und dann in den Arsch, nicht in die Arsch! Schieb dir deine Pronomen in den Arsch! Dann weiter! Und sieh zu, dass du Land gewinnst! Imperativ! Immer mit i! Seh zu! Gibt es gar nicht! Genauso wenig wie Land gewinnen tust! Auch falsch! In erstes Moment habe ich gedenkt, dem tut mir verarschen! Meine Eltern waren beide Lehrer! Deswegen gruselt mich bei sowas immer! Äh ne! Gruselt mir! Ne! Gruselt mich! Es gruselt mir! Ne! Warte mal! Es! Mach mal eben aus, bitte! Also heißt es, sieh zu, dass du Land gewinnst! Und dann der Zusatz! Du dumme Pottsau! Denn die Sau ist natürlich weiblich! Also müssen wir das Adjektiv entsprechend deklinieren! Also wie heißt alles zusammen richtig? Sekunde! Sag deinem Bischof, er kann mich am Arsch lecken! Und jetzt verpiss dich! Endlich! Schieb dir deine Pronomen in den Arsch! Und sieh zu, dass du Land gewinnst! Du dumme Pottsau! Fantastisch! Werde ich den Bischof genauso ausrichten! Also, einen schönen Tag noch! Fick dir! Na? Ja! Fick dich! So! Fick dich! Natürlich sollte er mich im Arsch lecken! Weil er vorher hineinkriechen sollte! Macht als Präposition also durchaus Sinn! Du hast bei dir! Du hast bei dir! Du hast bei dir! Ja! Du hast bei dir jetzt auch dich!